Ich möchte erstmal einen Kaffee, den ein Robot kocht, trinken. Also ich bin vor dem Gerät, so sieht aus. Und ich probier mal. Also hier hat americano, hat cafe latte, hat cappuccino, also klinote, heizelat, so etwas. Also ich wähle hat cappuccino. Das kostet 2,500 Euro. 2,500 Euro. 1, 2,500 Euro. Ein번. Ich fühle mich als ob ich in Japan wäre geladen wäre. Ich fühle mich an, ich fühle mich an, ich fühle mich an. Ich fühle mich an, ich fühle mich an, ich fühle mich an. Ich fühle mich an, ich fühle mich an, ich fühle mich an. Und mein Bescher ist immer noch hier. Ah, die Leiste. Ich musste hier Pindu noch geben, sonst bekomme ich keinen Kaffee gleich. 8, 4, 2, 7. 8, 4, 2, 7. Ah ja, genau, er arbeitet. Wir haben den Becher. Es ist leer. Das ist lustig. Ich glaube, er ist schon fertig. Aber er hat einfach meinen Kaffee weggeworfen. Und es war sehr lange. Ich muss hier mal fragen gehen. Oh, naja. Oh, naja. Oh, naja. Ich bin noch dabei. Ich bin noch nicht die Geräusche. Ich bin noch nicht es. A. D. A. D. A. D. Ich hab dich nicht mehr so, was ich? Ich werde mich nicht mehr beizt, so wirst du es nicht mehr ab. Ich werde dich nicht mehr so ab. Ich weiß nicht, dass ich es nicht verwendet habe. Das ist mir sehr gut. Das ist wirklich schön. Ich habe einen Kaffee für mich. Ich habe einen Roboter. Es ist sehr cool. Ich habe mich sehr viel zu tun. Ich habe mich sehr viel zu tun. Ich habe einen Mitarbeiterinnen und ich habe einen Wittelmark. Ich konnte keinen Kaffee trinken. Es war total schief gegangen. Und ich habe das Geld zurück bekommen. Ja, sehr schade. Ja, manchmal. Ja, manchmal. Normalen Kaffee ist viel besser. Heute war das. Also, bis nächstes Mal. Tschüss.